Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Pokémon Mystery Dungeon, Portal in die Unendlichkeit. Wir sind auf dem Weg zum Riesengletscher. Äh, seid ihr bereit zum Riesengletscher aufzubrechen? Ja, sind wir. Die Reise zum Riesengletscher wird bestimmt beschwerlich. Und sind wir erstmal aufgebrochen, kommen wir so schnell nicht wieder. Seid ihr euch also sicher? Na klar sind wir uns sicher. Prima, dann holen wir jetzt die anderen, damit es endlich losgehen kann. Wir beschwören jetzt den Zugang zu einem ganz neuen Dungeon. Ein Magma-Magna-Portal. Ein Magma-Portal. Sieht da so ein bisschen aus wie so ein Bildschirm, ne? Endlich bekommen wir es zu sehen. Das werde ich schnell im Magna-Portal. Ähm, wirklich aufregend. Ich freue mich schon drauf. Sihana, wie sieht es bei dir aus? Bestens. Bestens. Ich bin bereit. Gut. Leute, geh deinen Schritt zurück. Es ist zur eigenen Sicherheit. Okay. Ja, los geht's. Ja. Drei. Zwei. Eins. Das ist also der Zugangskarten-Magna-Portal zum Dungeons. Das Magna-Portal. Ja, wir haben es geschafft, Natara. Jetzt können wir... Wir können endlich dorthin. Zum Riesengletscher. Wir haben das Magna-Portal beschworen. Jetzt müsst ihr nur noch in das Licht reden und schon seid ihr im Dungeon. Wir müssen da drinnen allerlei untersuchen. Äh, untersuchen. Was? Da drinnen allerlei untersuchen. Okay. Also gehen wir schon mal voraus. Aber nicht da rumtrödeln. Das Magna-Portal geht nämlich nach einer Weile wieder zu. Äh, verstanden. Gehen wir, Psiada? Ja. Oh Leute, ich muss was trinken. Mein Hals kratzt des Todes, ey. Kommt bald nach. Ja gut, wir sollten auch aufbrechen. Ja, machen wir. Haben wir jetzt Viridium auch im Team, oder? Äh, Leute. Geht doch nicht acht. Dummiese. Ich freue mich schon auf das Mitbringsel. Und wenn ihr zurück seid, müsst ihr mir alles über den Riesengletscher erzählen. Hallo? Wieso kommen mir plötzlich die Tränen? Nee, nicht doch. Dabei wollte ich doch mit einem Lächeln verabschieden. Ah, Dummiesel. Dummiesel. Wein doch nicht, Dummiesel. Hä? Dummiesel. Geh tot zum Riesengletscher. Äh, waaah. Warum? Imolga. Auf dass eine unvergessliche Reise für dich wird. Erlebe ein ganz neues Abenteuer. Tolles Abenteuer. Und kehre dann wieder ins Paris zurück. Die Erinnerungen daran werden dich ein Leben lang begleiten. Lerne aus den Erfahrungen dieser Reise. Leute. Bitte. Passt mir gut. Auf Dummiesel auf. Imolga. Imolga. Äh, nein. Imolga. Das darfst du nicht machen. Imolga. Was? Warum? Ich wünsche euch die allerbeste Reise, die man nur haben kann. Bis bald. Halt. Warum? Respekt, Junge. Hm. Du hattest das bestimmt von Anfang an sofort, nicht wahr? Mö. Oh. Äh. Kopf hoch imolga. Komm, gehen wir zurück zum Zentrum. Direkt zur Aufmerkung am Fahrrad. Okay, okay. Oh mein Gott. Warum? Wo sind wir? Ist das der Dungeon? Der entstand, als die Erdseen mit den Zugangskarten manipuliert wurden? Es ist so dunkel. Man sieht ja gar nichts. Ich höre Stimmen von da drüben. Das klingt wie nach Tara. Von da drüben? Wo genau ist es da drüben? Na hier, folgt mir einfach. Aber passt auf, wo ihr in der Dunkelheit hintretet. Da seid ihr ja. Okay. Nein, Malka. Du Miesel. Ich kann immer noch nicht glauben, was den Malkala getan hat. Geht mir genauso. Er hat uns in allerletzter Sekunde alle damit überrascht. Das war unfair. Ja, aber er hatte keine andere Wahl, als es so zu machen. Und deshalb... Ja, verstehe. Letzten Endes war es also Malka, der im Paradies zurückgeblieben ist. Sicher, wir mussten nicht jemanden zurücklassen, aber es ist trotzdem bitter. Ja, aber wir dürfen wir im Malka jetzt nicht enttäuschen. Ja, er will bestimmt, dass wir alle ein denkwürdiges und großartiges Abenteuer erleben. Wir müssen seinen Wunsch respektieren und frohen Mutters veranscheiden. Du hast recht. Im Malka wäre sicher böse, wenn er uns die Trübserblasen sehen würde. Ja, du sagst es. Hör auf. Sehen wir uns doch mal... Sehen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und diese Expedition zu einem Erfolg machen. Alles klar. Da sucht man sich schon ein Team aus, ne? So. Ich, Teddy und dann Imolga. Aber nein, das wirkt nichts. Toll. Nach Tara, ist das nicht... What the fuck? Ja, kein Zweifel. Das ist der Eingang. Zur Geoschlucht. Bis jetzt läuft alles genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten. Na gut. Ab hier wird es spannend. Wir sind im Begriff, einen mysteriösen Dungeon zu betreten. Und weil er sich... Weil er durch Manipulierungen der Erde, Erdsee mit den Zugangskarten entstand, kann auch niemand sagen, wie mystisch er ist. Ich weiß nicht, was da drin passiert. Also lass uns vorsichtig sein. Alles klar. Ach ja, wegen einer anderen Sache mache ich mir noch Sorgen. Diese Pokémon, die euch überfallen haben nach Tara. Können sie uns womöglich auch hier angreifen? Ah, verstehe. Ihr habt ja jetzt rasch da verlassen oder könnt ihr... Könnten sie euch wieder angreifen? Deswegen braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die mit den Zugangskarten erzeugten Dungeons sind sehr speziell. Solange niemand genau dieselben Karten benutzt, um hier reinzukommen, sollte es keine Möglichkeit geben, uns zu finden. Äh, wirklich? Dann haben wir ja nichts zu befürchten, was? Meinen Befürchtungen zufolge müssen wir nur diesen Dungeon durchqueren. Das bringt uns über die Gletscherspalten und somit zum Fuße des Riesengletschers. Wir sollten uns in zwei Einsatzteams aufteilen. Doki, du leitest dein Team. Der Rest bildet als zweite Team. Die Mitglieder des Einsatzteams kannst du nur immer am Eingang eines Dungeons ändern. Doki, triff bitte deine Wahl. Okay. Alles klar. Äh. Ja, haben wir jetzt hier alles schon gemacht? Ich glaube, hier habe ich schon alles, ne? Ja, genau, hatte ich schon. Äh, wo kann ich das Einsatz, also wenn ich den Dungeon betrete einfach, oder wenn ich jetzt hier... Wir sollen uns ja zwei Gruppen aufteilen. Ja. Achso, okay, mache ich das dann hier? Einsatzteam zusammenstellen, okay. Ähm. Teddy und ich und nach Tara. Hihi. Und Dummiesel, Psyana und Viridium. Ja. So machen wir das. Ach, Mann. Ich mag die Molga. Warum ich... What? Äh. Warum? Warum was? Warum ist... Was? Hä? Warum ist nach... Was? Warum ist nach Tara jetzt ein Level aufgestiegen? Hä? Ich meine, okay, aber... Hä? Warum? Also, jetzt mal wirklich, warum? Es ergibt keinen Sinn. Aber okay, ich akzeptiere das einfach mal. Ah, äh, so, was würde ich sagen, ihr Gemäuge? Oh, Mann, ich mag das Pokémon halt an sich. Und ich dachte mir so, oh cool, wir können uns wieder so, ne? Ein Team aussuchen und so. Und ich mache bei Mystery Dungeon immer nur, ähm, Dreier-Teams, nicht Vierer. Weil viel sind, finde ich, im Dungeon zu viel. So. Dann dachte ich mir so, cool, wir haben unser Team. Schon gleich von Anfang an sogar. Aber nein. Die Molga darf nicht mit in... Oder kommt nicht mit hier. Nein, 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 nein. Okay. Kann ich nach Tara ein Item geben? Oh, jetzt kann ich... What the fuck? Ich lebe noch. So. Haben wir denn... Ja, wir haben das zweite Versammlung-Scape, alles klar. Geben wir das nämlich nach Tara. Hihi. Ähm. Okay, wir können Aeroas jetzt die restlichen, den die restliche Ebene, wie es aussieht, nicht einsetzen? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. Das ist okay, würde ich sagen. Es ist tatsächlich okay. Machen wir mal Doppelheap. Einfach nur, weil Doppelheap einfach strong ist. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Also, ich fand's gerade geil dargestellt und geil gemacht, wie das aussieht mit dem Magno-Portal, etc. War ganz cool. Ich finde halt an sich den Plot auch cool. Okay, die Molga opfert sich, dass Dummiesel mitgehen kann und so. Ist alles ganz nice. Ist ganz cool, finde ich. Aber ich habe mich so darauf gefreut, dass die Molga mitkommt. Das ist gerade so. Das, was mich ein bisschen stört. Aber das ist trotzdem... Ist es okay. Ist ein cooler Plot. Cooler Twist. So. Der Molga opfert sich für Dummiesel, dass Dummiesel ein cooles Abenteuer erleben kann. Finde ich nice. Tatsächlich. Finde ich sehr, sehr nice. Können wir... Warte mal. Statistik. Nach Tara. Äh. Teamfähig? Nein, Taktikwahl. Nach Tara. Mir nach. Genau. So. Ähm. Ja. Jetzt ist ja komplett, glaube ich, nur storytechnisch alles am Löwen, ne? Erstmal, so bis wir den Riesengletscher gemacht haben, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das danach noch weiter geht. Beziehungsweise, wie weit das danach noch weiter geht. Ich schätze, es wird danach noch weiter gehen, auf jeden Fall. Weil, sonst wäre das doch schon ein relativ kurzes Spiel. Obwohl, geht eigentlich, ne? Geht tatsächlich eigentlich. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal besiegt werden, Alter. Ähm. Obwohl, es geht eigentlich. Mystery Dungeon 1 war ja auch nicht unbedingt lang, ne? Mystery Dungeon 2, also Erkundungsteam. Himmel, Zeit, Dunkelheit und so. Das war Arsch lang. Also, ich habe da ja 96 Parts, glaube ich, gehabt. Ist, glaube ich, bis heute auch mein längstes Let's Play bisher. Ähm. Mit Abstand, glaube ich. So, oder? Ich weiß es nicht genau, aber doch, ich bin der Meinung, das ist mit Abstand mein längstes Let's Play momentan. Ähm. Also, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und Mystery Dungeon 1 war, glaube ich, gar nicht mal so lang, ne? Wenn ich mich recht entsinne. What the fuck? Okay. Äh. Das war, glaube ich... Wie viel war das? 40? 30 Parts? Irgendwas mit 30 oder 40 Parts oder so, ne? Bin ich der Meinung? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich jetzt nachgucken. Er hat mir auch nicht jede Partzahl. Smog. Oh, ne. Ne. Lassen wir mal. Smog ist nicht so krass. Ähm. Aber gut, ich meine, Mystery Dungeon 2 habe ich auch die ganzen Special Episoden noch gemacht. Also die ganzen Bonus Episoden halt. Und... Ähm. Na ja, was. Die ganzen Bonus Episoden und noch die Nebenstory, also die zweite Story so gesehen, habe ich ja auch noch gemacht, dass ich mich entwickeln kann. Danach war es erst vorbei. Aber ich glaube, trotzdem ging das Letztplay an sich sehr, sehr lange. Bis paar 50 oder 60, glaube ich. Wie viel Leben hast du denn? Jungchen. Der überlebt ganz schön lange. Ähm. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel hier geht. Ob das nach dem Gletscher... ...der Riesengletscher schon gleich vorbei ist oder... ...ob das dann noch ein bisschen weiter geht. ...ob der Riesengletscher jetzt halt auch gleich überhaupt wirklich schon kommt, nachdem wir hier diesen Dungeon gemacht haben. Kann ja sein, dass sie sich so ein bisschen verkalkuliert haben und ähm... ...der kommt erst nach drei weiteren Dungeons oder so. Kann ja alles sein, ne? Würde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm finden. Weil das hat ja noch mehr mit Story zu tun. Wir lernen da halt sehr viele neue Dungeons kennen. Was halt echt nicht so scheiße ist. Sollte... ...wenn ich jetzt gleich auf ein Pokémon treffe, definitiv ein Siedelbeere futtern. Obwohl... Jetzt geht's eigentlich, ne? Okay. Darum geht's wahrscheinlich nichts im neuen Raum. Ähm. Was wollte ich grad sagen? Achso, ja. Das würde ich nicht so schlimm finden, weil wir halten ja dann neue Dungeons, die wir erkunden. Und so. Also da gibt's ja schon was Neues. So. Am Anfang war es halt einfach nichts Neues, sondern nur stetig das gleiche Missionsmachen und... ...unnötige Items bekommen. So. Damit wir unnötig was mehr im Paradies bauen können. Für mich persönlich unnötig. Aber dann das... Jetzt hier wär's was anderes. Finde ich. Ähm. Och. Schutzschilde, ey. Kase dieser Attacke. In Mystery Dungeon ergibt sich jedenfalls noch ein bisschen Sinn. Aber... ...in... ...ähm... ...hier. Im normalen Pokémon-Spiel. Ich find die Attacke so sinnlos. Also jetzt mal im Ernte. Die ist halt so komplett sinnlos. So, du verschwendest einfach nur ne Runde. Du kannst... Es gibt dir ja keinen Bonus. Genauso wie Scanner. Es gibt dir ja keinen Bonus, dass du ne Attacke ausweichst. Oder so. Also. Oder? Ne. Ich glaub nicht. Deswegen. Also ich hab keinen Plan, was das soll. ...ähm... ...ähm... Teddy, leg du mal los, bitte. Was? Ach, come on. Äh, wie viel KP hat Teddy? Er hat noch sehr viel. Okay. Kann ich... Okay, ähm... Ich futter ne Sinebeere. Ja. Hä? Nein. Oh, ich dachte... Wieso greift er nicht mich an? Straight nur übers Eck. Macht nichts anderes. Der Boy hier. Kann halt auch nichts anderes einsetzen. Drachenbruch kann ich noch einsetzen, merke ich Gott. Keine neue Attacke, leider. Schade. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hab ich's vergessen. Egal. War wohl nicht wichtig. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie weit das hier geht. Die ganze Mission hier mit... Yo, Riesengletscher. Was danach vielleicht noch kommt. Und... Wie lange das Let's Play allgemein... ...noch geht. Also, ob das jetzt so... Nein. Okay. Nein. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja, wie gesagt, ob das jetzt so lang ist wie Mystery Dungeon 1 zum Beispiel, oder ob das jetzt so lang ist wie Mystery Dungeon 2. So, im Grunde. Und was uns noch alles so erwarten wird im Laufe der Story. Das ist natürlich dann auch noch sehr interessant. Finde ich. Oh Gott, ey. Diese Pokémon, ne? Huh. Schon wieder zwei von denen, ey. Aua. Holy fuck, moly. Die sind strong, Alter. Okay. Hm. Ähm. Ich muss nämlich auch sagen, ich hab so Bock, normal Pokémon zu spielen. Ich hab so Bock auf die nächste... Äh, auf die nächste Generation. Wir haben ja die erste Generation gemacht. Also, Blattgrün und Feuerrohn, ne? Also. Rot, Blau und so. Erste Generation. Blattgrün haben wir ja gespielt. Und jetzt würde dann ja die zweite Generation kommen. Also Gold, Silber und so. Ähm. Und ich würde ja Hard Gold machen. Ne? Und... Ach, das ist das Top-Elex hier in den Fu. Schade. Okay. Wir hoffen mal, dass das andere... Genau das in den Fu vielleicht. Guck mal her. Ist es das? Nein, ist es nicht. Ich will das Beleber-Samen... Beleber-Lamen. Den Fu haben. So ein Beleber-Samen können wir ganz gut gebrauchen, bestimmt. Und es gibt ein Level-Up. Für Nachtara. Okay. Ähm. Ja, ich hab Bock auf die zweite Generation. Aber so. Das Tod ist Bock auf diese zweite Generation. Und also allgemein auf Pokémon momentan. So. Deswegen. Hab ich halt Bock. Neues... Äh. Auf neuen... Neues Let's Play dazu. Und es wäre ja, wie gesagt... Ähm. Die zweite Generation. Danach ja die dritte Generation. Und ich freue mich halt sehr... Auf... Die vierte Generation. Das ist meine Lieblings-Generation in Pokémon. Diamant und Perl und Platin. Die beste Generation in meinen Augen. Um Längen. Obwohl um Längen vielleicht nicht. Ich fand Rubin und Saphir auch richtig gut. Und... Halt auch... Ähm... Gold und Silber. Die erste Generation fand ich tatsächlich nicht so krass. So. Ähm. Vielleicht, weil es halt die erste ist und es da noch nicht so krass viel cooles Zeug gibt. Und ich diese Generation im Prinzip auch erst sehr spät gezockt habe. Nach den vorher genannten halt. Nach Generation 2, 3 und 4 habe ich die erste Generation erst gezockt. Das könnte halt daran liegen, dass ich die Generation nicht so krass finde. Aber ich weiß es nicht genau. Boah, Scanner. Ist das denn ernst? Wie gesagt, hier ist Scanner und so. Ist das praktisch hier. Sehr schön, nach Tara nochmal umzukippen. Nice. Okay. Ähm. Ja. In meinen Augen. Generation 4 die beste. Generation 5 habe ich halt auch noch nicht wirklich... Also nicht wirklich gespielt. Das ist Ewigkeiten her, dass ich sie mal gespielt habe. Und ich habe sie halt auch nur einmal gespielt. So. Deswegen kann ich mich nicht viel an sie erinnern. Ähm. Ich weiß nicht genau, wie gut oder wie schlecht sie war. Und Generation 6 und 7 habe ich gar nicht gespielt. So. Auch Generation 6 habe ich mal angefangen. Ich glaube, Pokémon X oder Y habe ich hier zu Hause liegen. Aber da habe ich auch nur den Anfang gemacht und seitdem nicht mehr angefasst. Also von daher. Ich habe mich hier gerade speichern können, ne? Verdammt. Ein Part beenden können. Egal. Und da sind wir. Cool. Sind wir jetzt im Freien? Unterum ist ja nur Eis. Ein Berg. Ich kann einen Berg sehen. Der Riesengletscher. Tatsache. Das ist vor uns. Das muss der Riesengletscher sein. Und hinter ihm ist ein großer Berg. Das ist noch ein Berg aus Eis, oder? Ja, ganz genau. Ein Berg aus Eis. Endlich. Das muss er sein. Dort. Der mysteriöse Berg aus der Legende. Äh, der mysteriöse Berg? Ja, ganz genau. Wenn das der mysteriöse Berg ist, dann finden wir darin den Riesenkristall. Leute, seht doch nur. Oha. Diese vielen Gletscherspalten. Und vor uns liegt der Berg. Nach Tara, wie vorausberechnet, haben wir es tatsächlich über die Spalten geschafft. Über die riesigen Gletscherspalten. Ja, wir haben es geschafft, Sianna. Ja, nach Tara. Und es hat sich gelohnt. Doch unsere Reise hat erst begonnen. Stimmt. Ach ja, wisst ihr, warum er der mysteriöse Berg genannt wird? Weil man sagt, dort drüben, äh, da würden allerlei mysteriöse Dinge vor sich gehen. Genau das weiß niemand. Aber vielleicht geht es dabei um Dinge, die in der Luft schweben. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass sich der Riesenkristall, der Dinge schweben lässt, dort befindet. Ey, das wäre ja der Hammer. Und zu diesem Schluss kommt ihr aufgrund eurer jahrelangen Forschung, nicht wahr? Ich wünschte, dem wäre so. Aber in Wahrheit ist alles ein wenig anders. Hey, Sianna, das ist nicht lustig. Hahaha, entschuldige bitte. Natürlich haben wir geforscht und auch allerlei Informationen gesammelt. Aber leider haben wir nichts gefunden, das nach Taras Theorie unterstützt. Alles nur Gerüchte und Hörensagen. Was wirklich dran ist, weiß niemand. Äh, was? Tja, so ist das. Wir haben keinerlei Beweise. Aber die brauchen wir auch nicht. Gerüchte und Hörensagen. Mir reicht das. Wo bleiben denn sonst Romantik und Abenteuer? Seht ihr doch auch so, oder? Äh, wow, ich dachte, du würdest dich nur für Forschungsergebnisse interessieren. Aber in Wirklichkeit hast du mehr Sinn für Romantik als für andere Abenteuer. Da müssen wir uns tatsächlich ranhalten. Na, ich bin schon ganz aufgeregt. Äh, los geht's. Gehen wir Freunde auf ins Innere. Was uns da drin wohl für Gegner erwarten? Was uns da drin wohl überhaupt erwartet? Aber was doch ist, wir schreiten voran. Ja! Nice, Leute. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertete Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!